hallo und herzlich willkommen zurück zu dealers live ja die letzte aufnahme session ist tatsächlich schon ein bisschen länger her und ich muss mich natürlich wieder rein fuchsen ich weiß dass wir beim letzten mal glaube ich jemanden feuern mussten und ich öffne einfach mal ich öffne einfach mal den shop gute morgen ich bin und er möchte den herd kaufen den luxus backofen die schätzung lag bei 17.000 wir haben gezahlt 9500 na gut dann lass uns mal verhandeln wir machen mal 30.000 draus vielleicht ist er ja will ich das zu bezahlen ok 29 500 nehmen wir und haben 20.000 plus gemacht so hey was läuft man nennt mich sein du heißt genauso wie ein vorgänger aber na gut über 9000 vielflächige würfel hergestellt 2012 ungewöhnlicher zustand ungewöhnlicher gegenstand zustand schrecklich schätzung liegt bei 235 dann wollen wir noch mal gucken wir wollen 120 ausgeben 130 ok 140 ok 144 das machen wir und jetzt kommt wieder unser netter nachbar hurra hurra kein epischer gegenstand in sicht erinnerst du dich an unsere wetter dieses mal gehört der sieg mir siegen genauer hin ich habe die wette gewonnen 3000 plus du betriffst meine erwartung aber ich lasse mich nicht einschüchtern ich bin bald zurück mit einem neuen mit einer neuen wette und dann gehört der sieg mir wenn du das sagst dann ist das halt so hi meine freundin nennen mich obi van kane du möchtest die statur loswerden wir fragen mal den experten der sagt die schätzung 1060 dann sagen wir mal er hat recht lass uns verhandeln 700 700 ok hi man nennt mich sam ähm 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 lass mal sehen bronzestatouette zustand schlecht 198 machen wir 100 ja genau ich höre dir zu mein lieber 110 das ist glaube ich auch du wirst abspringen aber das ist mir gerade lax ähm unser karma muss so langsam aber sicher steigen ich habe eine neue wette mit dran epischer sieg epischer sieg epischer sieg ok wir öffnen guten morgen guten morgen ich bin summer summer möchte diese goldenen ohrringe loswerden 610 ist die schätzung lass uns mal verhandeln oder warte mal sie ist sehr kompetent ok 350 360 360 370 na gut na gut sooo mein name ist john chaplin du möchtest den schädel hergestellt 1999 loswerden der zustand ist schlecht 265 lass uns verhandeln machen wir ein hunni draus ich weiß nicht das bringt doch alles nicht man sieht sich tschüss ja mike möchte diesen zauberwürfel loswerden für 39 lass uns verhandeln wir machen mal 10 draus 48 genau 20 und tschüss so weiter geht's wie sieht das denn eigentlich aus haben wir hier eigentlich unseren restaurateur den haben wir wir könnten ja mal was restaurieren lassen zum beispiel das skateboard auftrag beginnen so georg rr möchte diese goldene brosche loswerden 1280 er hat recht lass uns verhandeln 800 ok weiter geht's der schädel ist episch 16400 er hat recht lass uns verhandeln 9000 10.000 11.000 12.600 ok damit haben wir einen epischen gegenstand wieder gekauft und weiter geht's und 12.000 Und Whitney möchte den epischen Schädel kaufen. Der Zustand ist immer noch schlecht. Aber wir können ja mal verhandeln. Wir machen mal 20.000 draus. Okay. Das ging einfach. Und wir öffnen. Ähm, Laura möchte diesen verzierten Kasten loswerden. Ungewöhnlich jetzt. Keine Fälschung. 240. 100. Okay, 128. Damit bin ich einverstanden. Und damit haben wir ja diesen Tag auch überstanden. Es kommt jetzt der letzte Tag in dieser Woche. Wir öffnen den Laden. Silberne O-Ringe. Gewöhnlich. Und, ähm, ja, 345. 120. 150. Ja, dann ist das halt so. Teleskop. 114. Ähm, 80. Ähm, und Margarita mit Haar hinten möchte diesen fettierten Kasten loswerden. Warte mal. Warte mal. 490. 200. Ja, genau. 210. Ich denke mal, sie wird auch verschwinden. Ähm, 220. Lass mich nachdenken. Das bringt alles nichts. Tschüss. Okay, wir haben die Wochenstatistik. Wir haben drei Gegenstände verkauft und gekauft. 5. 15 bediente Kunden. Einnahmen, 52.000 Ausgaben, 15.000. Das ist doch mal richtig gut. Weiter. Und dann wollen wir doch mal gucken. Geschäftslokal zu vermieten. 25. Millionen. Okay. Wie sieht es hier aus? 100.000 haben wir nicht. Okay. Verkaufe bei Auktion. Goldene Rohrringe können wir verkaufen. Wir machen mal den Kasten. Okay. So, Verkäufe einstellen. Ich würde es ja gerne mal riskieren, ne? Also, ich überlege ja wirklich, ne? Wir machen das mal. Wir machen das mal. Sirena. Sirena. Sie möchte diese Goldmünze. Lass uns verhandeln. 100. Dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. 120 Verhandle mich nicht wie einen Idioten. Du bist ein Idiot. 140 Ich bin mir nicht sicher. Tschüss Und die Fußballschuhe von 1991 Was sagt der Experte? 475 Natürlich hat der Experte immer recht. Wir geben mal 200 aus. 250 270 Lass mich nachdenken. Okay, geht doch. Geht doch. Aber wozu dieser Verkäufer da ist, weiß ich auch noch nicht. Das Skateboard ist fertig. Dementsprechend könnte hier die Ohrringe auch mal hergestellt werden. So sieht das aus. Aber was macht jetzt der Verkäufer? Das verstehe ich nicht. 6 Millionen. Was macht dieser Verkäufer? Der macht jetzt gar nichts, oder was? Ach, der gibt mir nur mehr Charisma. Okay. Dann muss ich das hier wieder alleine machen. Okay. So hatte ich mir das zwar nicht vorgestellt. Ist okay. Alice möchte die Fußballschuhe kaufen. Dann lass uns mal verhandeln. 500 500 Okay. 230 Dollar mehr an der Kasse. Das klingt gut. 10 Millionen. Berater einstellen, Experte. Wir können ja sowieso nicht mehr einstellen. Das ist ja schon wieder eine Zicke, oder? Eveline. Könnte ich wetten, dass sie zickt. Ach nee, die will ja verkaufen. Schätzung liegt bei 172. Dann lass uns mal verhandeln. 100 110 120 Lass mich nachdenken. Ich bin raus. Manchen Leuten sieht man an, wenn sie Zicke sind. Das ist einfach so. Hey, was läuft man? Hey, was läuft man? Man nennt mich Belia Kapow. Du möchtest dieses tolle Skateboard haben. Dann lass uns mal verhandeln. Wir machen mal 1300. 1200 1250 Okay, wir haben 800 plus gemacht. Das kann sich sehen lassen. Du willst diesen Luxus hochauflösenden Fernseher. Wir fragen mal. 2350. Dann lass uns mal verhandeln. 1200 1300 1300 Ich könnte wetten, dass sie auch zickt. Ja, okay. Wir haben es gemacht. Und du möchtest dieses Fußballtrikot loswerden. Für 610 200 Wir stapeln mal richtig tief. Ja, ich bin bescheuert. Aber du auch. Ähm, 300 300 Ja, gut. Bevor wir uns hier noch erzürnen. Und wir öffnen den Laden. Du möchtest diesen Fernseher kaufen. Lass uns verhandeln. 3700 3600 Okay, 2000 plus gemacht. Kann ich mich nicht beschweren. Hallo, man nennt mich auch Gail. Gail möchte das Trikot kaufen. Dann lass uns mal verhandeln. Wir machen Taui. 610 Okay, 900 Okay, 700 Okay Immer noch 300 Dollar plus gemacht. Da kann man nicht meckern. Neuer Tag. Neues Glück. 30.000 Wir könnten uns ein neues Geschäftslokal leisten. So Jetzt sind wir umgezogen. Ui, wie schick So Sammlerbuch hergestellt 2018 230 Dann lass uns mal verhandeln. Du bist eine Zicke. Das sehe ich so schon. 100 110 126 Das ist dein letztes Angebot. Das nehmen wir auch an. Und du willst hier diesen Schmuddeltisch loswerden. Für 134 Dann lass uns mal verhandeln. 60 Ähm 70 Siehste? Geht doch. Weiter geht's. Der Gegenstand Verzierter Kasten Wurde Fertiggestellt Dann wollen wir doch mal gucken. Ach nee, der wurde bei der Auktion verkauft. Ah, okay. Ah ja Den haben wir bei der Auktion verkauft. Aber das hat sich Ich weiß gar nicht Ich hab das so schnell weggeklickt Ob das sich gelohnt hat Oder nicht Ach, unser Nachbar schon wieder Guten Morgen Mein Name ist Kunal Du möchtest Du möchtest das Peppi loswerden Ähm Machen wir mal 50 draus Die Hälfte 60 70 Und dann wieder abhauen Na gut So, was willst du jetzt? Heute bin ich richtig gelangweilt Das ist schlecht Vorherausforderung Ähm Heute habe ich drei Gegenstände von mir hier Ich fordere dich heraus Sie zu einem festen Preis zu kaufen Ohne zu wissen, was es ist Nicht heute Vielleicht nächstes Mal So Hallo, meine Freundin Nennen mich Caroline Caroline möchte diesen Fidget Spinner loswerden Ähm 420 Äh Sagt der Experte Dann sagen wir mal 200 Wovon träumst du denn? Also auch schon wieder so zickig, ne? Und tschüss Ja Ich hab's gesehen Und die hier ist auch nicht wirklich viel besser Aber die ist nicht so geizig Okay Karen möchte das Katana loswerden Dann lass uns mal verhandeln Dann lass uns mal verhandeln Ja War klar Und Ronald möchte das verzierte Gewehr loswerden 325 schätze ich Also machen wir 250 Ähm Okay So Damit haben wir diese Woche, glaube ich, geschafft Dein Zahnarzt rät dir jeden Tag Diesen neuen, teuren Kaugummi zu benutzen Damit deine Zähne weißer denn je werden Du hast 701 verloren Euer Ernst Euer Ernst Der Restaurator Tommy hat auch ganze Arbeit geleistet Bei den goldenen Ohrringen Und wir werden den Gutsten gleich nochmal wieder in Lohn und Brot bringen Und zwar bei diesem verzierten Gewehr So Und dann werden wir hier noch einmal öffnen Bevor ich Auch schon wieder zum Ende kommen muss Du bist eine Zicke Das ist Thor sein Hammer Genau Seltener Wert 1620 Er hat recht Also lass uns verhandeln Ähm 850 Also Da braucht dir jemand nötig Geld Also wirklich Ein Schädel Lass uns verhandeln Ähm 75 200 200 Genau 85 Ich geh mir nicht auf die Eier Ganz ehrlich Hey Mann Ich bin Wayne Du möchtest das Sammlerbuch kaufen Lass uns verhandeln Wir haben 126 gezahlt 260 Lass mich nachdenken Dann nicht Das ist halt so Da können wir nichts ändern Ja Die wöchentlichen Ausgaben sind jetzt gestiegen auf 4100 Also es wird unter Umständen knapp Aber wir können es schaffen Und ob wir das schaffen Das sehen wir in der nächsten Folge Ich hoffe ihr schaltet dann wieder ein In diesem Sinne sage ich Ciao Und Bye Bye Tschüss 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 Tschüss